Ich bin ja eigentlich immer für gute Nachrichten, auch hier auf meinem Channel, aber das Leben ist nicht immer schön. Also das Leben ist schön, ja, aber es gibt natürlich auch Momente, wo man auch schlechte Tage hat. Und da sind wir jetzt gerade bei. Der Flughafen Hamburg hat leider komplett den Flugverkehr eingestellt. Was heißt leider? Gut, die Vögel haben mal Ruhe. Aber es geht darum, dass es eine wohl Bedrohung gab. Ein Flugzeug aus Teheran wurde durchsucht. Also die 198 Passagiere sind, befinden sich jetzt in den Räumlichkeiten vom Flughafen und werden durchsucht. Also die Gepäckstücke. Es gab da wohl eine Drohung. Keine Ahnung, was genau, aber der Flugverkehr jetzt in Hamburg ist komplett eingestellt. Also ich denke mal, also für meine jetzt, lange jetzt, könnt ihr auch gerne kommentieren. Deswegen rege ich jetzt dazu an, dass man vielleicht jetzt nicht den ganzen Flugverkehr komplett einstellen würde, sondern speziell nur dieses, eine Flugzeug nicht fliegen lässt, weil es ja hier genau diese Drohung gab. Genau, das wäre jetzt, also wenn ich jetzt hier, ja, wie gesagt, ja, ist eine Drohung natürlich schlimm, aber ich würde jetzt nicht den kompletten Flugverkehr deswegen einstellen, weil sicherlich sehr viele Menschen jetzt am Flughafen Hamburg warten und sie wissen nicht, was los ist. Ja, die Flieger sind gecancelt oder kommen zu spät oder heben gar nicht ab. Das heißt, die komplette, ja, wenn ich jetzt einen Termin hätte jetzt irgendwo, ich muss nach Malle oder ich muss jetzt nach München zur Wiesn, dann könnte ich es jetzt nicht mit dem Flugzeug, dann müsste ich das Auto nehmen, ne? Genau, also von daher kommentiert gerne, ja, wie gesagt, draußen ist Regenwetter, Hamburg ist sowieso schlechtes Wetter, dreiwettertaft, aber ist natürlich mies, also kompletter Verkehr eingestellt und, ja, wie soll man denn sonst darauf reagieren? Also irgendwie muss man ja reagieren, aber ich würde jetzt nicht komplett alles, komplett einstellen, das Leben geht immer weiter, ja.